Zwei kleine Italiener, ne eigentlich sind es drei, drei so kurze hier gegenüber. Italiener stimmt schon, sie sind den ganzen Tag hier vorm Haus am Quieken, am Pöhlen, am Pöhlen und am Quieken. Zwei so Jäuste, halt auch noch eine kurze, sie geben Geräusche von sich, so habt ihr noch nicht gehört. Das geht einem durch Mark und Bein und das geht den ganzen lieben langen Tag. Und sagen kannst du nix, wenn du was sagst, bist du Nazi und das wollen wir ja nicht. Der Vater sitzt da die ganze Zeit, guckt nur doof, das geht einem durch Mark und Bein. Hier, von der Sozialwohnung hier gegenüber, wollte ich nochmal loswerden. Zwei kleine Italiener, never mind, destroy.